Tja, Vulkanasche. Alter Schwede. Naja, falls ich mich verirren sollte, ich werde auf jeden Fall zurückfinden. Oh, du kommst rein. Du bleibst hier nicht draußen. Wir haben nämlich genau einen Hirschkäfer gesehen bei Junovan. Der war viel größer, der saß an einem Besen. Der war viel größer, der saß. Oh, du kommst.